Tick-Tack, Tick-Tack, eure Zeit läuft ab. Hallo liebe Fans der German Wrestling Promotioner und hallo Mats, hallo Andi. Ich weiß, dass ihr zuschaut, denn eure Zukunft, die liegt in meinen Händen. Ich bin heuer Faner Steve Duggs und das GWP Office hat mich eingestellt, damit dieser Kindergarten zwischen euch zweien endlich aufhört. Und aus diesem Grund gibt es am 12. Oktober das größte Match in der Geschichte der German Wrestling Promotioner. Das Network tritt an gegen das Team der GWP. Jedes Team wird aus fünf Wrestlern bestehen, also wählt weise. Denn an diesem Abend hat die Gewaltenteilung ein Ende. An diesem Abend werden die 50% von Andi R. und die 50% von Mats Martinson wieder zur 100%igen Kontrolle über die GWP vereint. Im Klartext heißt es, wenn das Network gewinnt, bekommt Mats Martinson die alleinige Macht über die German Wrestling Promotioner. Wenn das Team der GWP gewinnt, bekommt Andi R. die alleinige Macht. Und damit dieses Match nicht im Chaos endet und das richtige Team zum Schluss gewinnt, werde ich der Gastringrichter sein. Oh yes, I will be the guest referee. So don't try to fuck on me. Liebe Fans, lasst euch dieses Spektakel auf keinen Fall entgehen. Sichert euch nur heute euer Ticket. Wir sehen uns im Oktober.